so freunde ein neuer tag beginnt beim basteln ja hier steht horsti herrlich geht heute weiter seid gespannt ich habe neue schwinglager besorgt der kdm halle mitgebracht nach leipzig einmal frei danke dafür ja hab jetzt noch das heck hier mal gucken ob wir so weit kommen wenn nicht legt es erstmal hier naja hebegurt haltegurt wie auch immer genau radlager werden wir heute vielleicht noch machen wenn es passt zeitlich auf jeden fall schwinglager ich bin gespannt ob das so klappt genau ihr seid dabei seid gespannt kommentiert liked den kanal macht die glocke an und wie das alles so heißt hab noch ein geiles rollbrett heute mitgebracht damit wir dann auch transportiert kriegen genau weil hier vorne ist es wärmer als hier hinten genau dort ist auch die heizung an und ja heck habe ich noch soweit zusammengebaut letztes mal habt ihr ja gesehen sicherlich habe jetzt hier noch diesen gummi rein also loch sofort und rein gemacht ja ist der gummi ja schon ständer so freunde nachdem ich gesehen habe dass wir noch so eine distanz hülsen drin waren ist schon gepresst hab ihn wilder hat die schwinge hier anschläge so kenne ich das auch noch nicht aber kdm hat es scheinbar und ja jetzt geht es natürlich einfach raus zu pressen einmal frei also ist doch kein frischer anschlag die sind einfach dünner in der mitte hier seht ihr wie kaputt die sind passiert 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 also wie gesagt alles neu hat jetzt original gekauft von kdm alles anderes quatsch das einspannen ist natürlich auch immer eine sache für sich da brauchst du eigentlich erste arme die wenn du dir einen rein urgelst aber naja auf jeden fall geht es so ganz einfach ich mach mal die musik ein bisschen leise aber ordentliche musik muss immer sein seite jetzt drauf hier richtig ja hier ist eine 19er nuss hier ist eine 32 shirt damit das lager dann reinrutschen kann und ja da brauchst du auch keine presse brauchst einfach nur einen großen schraubstock acht arme um diese lager hier raus zu orkeln dann geht es eigentlich ganz einfach guckt ich bin so hart einschläge wie ich natürlich schade dass hier alles schon hier lager aus draußen gepulvert ist aber naja den rest mache ich jetzt noch mal ein bisschen freestyle hier jetzt einmal gelöst die dinger sieht man das jetzt schwenke mal etwas runter gibt es einen so ordentlichen hammerschlag drauf und dann sollte das passen wie gesagt acht arme dann geht es natürlich besser so ist es aus mache ich jetzt alles ein bisschen sauber dann wird das schon in seinen gang gehen wie gesagt da siehst du halt dass das richtig richtig rostig war hier die alten dinger er guckt ja auch schon alles raus also das hat es komplett zerlegt gehabt das war auch schon wahrscheinlich gebrochen und rostig innen drin also als wäre sollte doch spätestens mal die schwinge raus bauen und alles fetten gucke hier ist sogar noch ein bisschen fett egal alles neu macht am mai oder wie das war wahnsinn so hier ist natürlich der neue springlager satz und da kommt jetzt hier rein die neuen lager sind drin herrlich fettes fett dran gemacht das neue ja alles rot umso länger hält es halt ja neue springlager sind drin das neue balzen passt auch oder aber ich jetzt bauen wir den rest noch in die schwinge dran er ist mein käfchen ja 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 Das macht ja nicht schlecht.